Hallo Freunde, kurz halt wie du meine Freunde, Samra lässt sich irgendwie so ein Illuminati-Tattoo in den Nacken etowieren, man. Verdammt nochmal, Samra, warum versuchst du die ganze Zeit irgendwie, trau mein Kommi nicht irgendwie zu provozieren, man. Verdammt nochmal, er wird dir dann ein bisschen Aufmerksamkeit geben, aber immer das gleich ist doch langweilig, wenn du halt mal hier irgendwie den hier machst oder keine Ahnung, diese anderen Zeichen da. Du musst dir mal was Neues ausdenken, verdammt nochmal. Du musst ihn mal richtig kitzeln, ein bisschen richtig den Verschwörungsgerät aus ihm rauslassen, du musst ihn richtig triggern, man, dann kriegst du mehr Aufmerksamkeit von ihm. Okay, das hast du wegen deinem Deal auch nicht nötig, aber ich will ja nur sagen, man, wenn du ihn richtig provozieren willst, übertreib mal ein bisschen. Mach da mal eine Pyramide, mach mal den hier, mach mal den, was anderes, und dann hast du ihn richtig am provozieren, man. Dann macht er 50 Videos über dich und das bringt dir auch wieder Aufmerksamkeit. Aber wenn du das machst, dann hau so Songs wie Roadrunner raus oder so, aber nicht der letzte Song, der war nicht so Baba. Mach lieber so andere krasse Sachen, ich würde es feiern, verdammt nochmal. Und dann hätten wir immer wieder irgendwelche lustigen Videos von Mr. Knichtel. Okay, meine Freunde, es war's wieder von Nullern. Abonnieren und like nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Abonnieren und like, meine Freunde, bis zum nächsten Mal.